Und damit seid gegrüßt, man nimmt Zwerge, Genome, Hobbits und Entladung zu einem neuen Letztest, ich versuche mal wieder etwas aufzunehmen, wir spielen mal wieder einen Letztest, wir spielen Figment, ja, diesmal keine Demo-Version, diesmal die Vollversion, die wir heute nur mal kurz anspielen und dann kurz für ein paar Minuten eintesten, ja, machen wir das doch mal, spielen wir Figment, so, na dann, starten wir dann das Spiel und betreten die Welt von Figment. Ein Spiel von BATS 3, Digital Gaps, Jonas, die Reisen. Leave your dad alone, honey, you don't need to parachute when you sell houses. Boring. When I grow old, I want a job where you have to parachute. What? Oh, crap. Oh, shit. Wake up. Wake up. Oh, shit. Das fängt dir gar nicht gut an. Okay. Und wo sind wir nun? Finde Eis für deinen Trink. Ah, okay. Die Logos sind auf Englisch, wie wir gesehen haben. Jetzt können wir so kleinen Wicht hier spielen. Die Logos sind auf Englisch, die Übersetzung auf Deutsch, die Texte auch auf Deutsch. Warmer Trink. Okay, wir brauchen Eis. Und die Stiftebrücke. Nach oben. Essmaschinen ohne Strom. Oh je. Okay. Wo ist die Synapse-Batterie für meine Eisbox? Es funktioniert nicht ohne sie. Die Eismaschine ist eine Synapse-Batterie. Okay, wir brauchen jetzt eine Synapse-Batterie. Den müssen wir hier mal. Ach so. Das ist keine Synapse-Batterie. Da ist der Button-Aktivator. Hier vielleicht. Das ist die Senapse-Batterie. Das ist der Sinn-Aktivator. Die Synapse-Batterie. Die Owner wird vielleicht auch möglich. Das ist der Option-Aktivator. Ich dachte, die haben wir hier. Orangener Batterie. Ja. So. So geht's. Sehr schön. Jetzt gibt's Eis. Nice. Nice ein Eis. Let's get it back to my rocking chair and I'm good. You do remember I'm called Piper, right? Whatever Turkey did. Ach du Schande. Ah. Now for a... Wait. Where's my drink now? Pretty sure. Jemand hat unseren Drink geklaut. Oh nein. Where did it go? This poor bull. Ha 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 you lost it friend! What? Leave my scrapbook alone! My drink. Ah ha 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 ha. The lose nerve. Lecker Schmecker-Sink Irgendwie in einem Albtraum Aha Das ist dein Albtraum Oha Interessante Mechanik Das war knapp Für dich, mein Freund Schmerz, Entschuldigung Surft Eis kalt Oh, ich sehe Ah, so war ich mit ihm aus Hier brauchen wir eine Batterie Der Monster blockiert den Weg Oh, da ist unser Schwert Und ein Schwert zurück Aber wie ohne Batterie Vielleicht ist da oben irgendwo eine Batterie Hier können wir noch Blank holen Ich weiß doch jetzt wieder, wir wollen lieber dran vorbeikommen Schau Schau Das Minds Rewardssystem hat nur ein paar Endorphins Okay, jetzt haben wir so eine mehr Teil China Hilft ihr uns jetzt weiter? Und du wirst dein früheren Selbst sein In kein Zeit Dann ziehen wir es aus dem Boden Ach ja So, das ist woher ich meine trustige Schwert Ja, ich bin glücklich, ich schwinge Wie schön wie es ist, mit Störung Ja, mit Störung Störung greifen wir an Zack, zack, zack Das bleibt ja nicht ganz so gut Das bleibt ja nicht ganz so gut Das kann ja nichts werden Wieso kann ich das nicht angreifen? Warum kann ich das nicht angreifen? Warum bringt der Angriff nichts? Ah, okay Die Kopfpist muss man treffen So geht das So, besiegt Jetzt haben wir ein paar Gnasscheiben ein Bis dahin können wir schlagen Ich fühle es in meinem Kopf Ein Schmerzen kommt Aha Let's brainstorming Ein Brainstormer ist kommend Okay Wir können bestimmt die Platte von da drüben mitnehmen Und da drüben gelassen haben Ah ja Natürlich Ich brauche den Motot ja nicht mehr Wir haben jetzt unser Ritzschmerz So und drauf hier Hey, Teston, schau mal die Enduranz-Neurons, die rund um diesen Tren zu fliegen. Ja, das kann ich wirklich richtig benutzen. Dann geht es, Mann! Sicherlich nicht. Ich glaube, niemand wohnt da. Er scheint, zu Hause zu sein. Nein. Aha. Okay, jetzt können wir da oben weiter. Oder auch nicht. Das mit den Stiften, finde ich, mit dem Stiftbrücken. Das finde ich großartig. Ah, okay. Jetzt können wir da oben. So, komm doch her. Oh, suck. Ich könnte theoretisch auch mal aufladen. Und. Mal zumachen greifen. Sehr schön. So muss das. War eigentlich noch ein zweiter. Müsst du das recht sein. Bis jetzt noch nicht für die Treffer kassiert, aber. Okay. Blauer Batterie. Anschluss. Blaue Batterie. Das ist ja eine blaue Batterie. Passend. Mitgenommen. Okay. Ein zweiter muss es noch. So. Na dann. Ja. Erstens Inventar. Ja. Und dann hier. Zack. Und drüber können wir. Hurra. Ein paar Lebenspunkte davon, was wir nicht unbedingt brauchen. Ja. Remembrane. Was ist das? Oh na. Das war doch irgendwo da drüber. Das war kein Umweg. Ein bisschen. Ich bin blöd, dass das Ding nicht genommen habe. Wahrscheinlich. Glaube. Batterie. Anschluss. Natürlich. Sekunde. Das hätte ich eigentlich sehen können. Das hätte ich eigentlich sehen können. Das hätte ich blicken müssen. Bin gleich wieder da. Müssen wir dann auch kurz wieder mit zurück nehmen. Sonst kommen wir hier nicht mehr lang. Besser noch geht es alleine. Gibt es genug so. Besser noch geht es alleine. Gibt es genug so. Okay. Ich denke jetzt wird es gehen. Ähm. Ah. Okay. Eine Erinnerung. Geh weg. Du. Ich will nie wieder mit dir spielen. Tod. Oha. Und nun. Jetzt bleiben wir uns da drinnen. Und gehen so weiter. Oder wie. Ja. Da. Ja. Ja. Ich habe es nicht mehr drinnen. Du bist so schade, altes Schade, hast du verloren? Ich schaffe meinen Schritt. Das ist für mich zu schaden. Sehr gut, das 3 auf 1 Streich. Mit dem Wirbelangriff kann man tatsächlich was erreichen. Und wo? Ah, hier gehts weiter. Hinter ihm. Oh, ok, da haben wir das erste Gebiet schon geschafft. Und weiter gehts. Ins nächste Gebiet. Großjurgenstadt. Unterwegs. Ich bin schon dabei. Oh, hier hat nur Lust. Entstehend. Sorry, wollte mich stören. Oh nein. Moment. Was geschieht? Oh nein. Ja. 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 Ich meine Umke. Ok. Ich kann mein Gyse. Jetzt verw yearly. Ja. Stefanların- Ja. Ich fahre bei dem Albtraum hier rüber. Ah, ja. Ah, Frieden, Miles! Ist es nicht groß, wieder in der kreativen Teil des Minds zu sein? Nein. Jeees. Cheer up, big guy. Ich bin der Freiheitspromenade. Würde ich aber dieses letzte Test für heute beenden. Wir können mal gucken, ob wir das dann in einem Let's Play irgendwann mal weiterspielen. So ist das aber gewesen sein für dieses kleine Letztest. Ich glaube, dass ihr mich noch umsitzig gefallen habt. Ich lasse ein Abo da, wo ihr seid. Und habt noch einen angenehmen Tag. Auch da rein. Ciao. 부�stan zu groß shields. mày perpendicular nicht von anders. Mach du nichtile meneer. Machu. 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 Hagu. Vielen Dank.